Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und weiter geht's mit der Quest, trifft den Priester Menehead am Tempel der Sachmet in Yamu. So, ich wollte mich bei euch nochmal bedanken für den coolen Support bis jetzt. Anscheinend kommt das Spiel ganz gut an bei euch, freut mich natürlich sehr. Und wenn es natürlich weiter gefällt, einfach weiter supporten, ist alles super, freut mich. So, jetzt will ich aber sagen, gehen wir mal zu der Quest 90 Meter noch. Schauen wir mal, wie wir dort hinkommen. Ja, das Papyrus Rätsel müssen wir eigentlich auch noch holen. Können wir gleich hier rüber? Hier unten ist es ja. Warte mal, ich will schnell was probieren. Oh, springt er einfach durch, okay. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Menehead. Das ist ja, Herr Menehead. Das ist ja, Herr Menehead. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehead. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der hohe Priester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Okay. Sprich mir, Menehead, um die Führung zu beginnen. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehead. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehead reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Das war doch eine lange Führung. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek, Onkel Bayek. Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek. Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man vier zu eins in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch! Denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Aha, jetzt müssen wir die Kinder finden, oder was? Wir werden die Kinder finden, oder was? Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Naila. Du stehst doch den Priestern im Weg. Versuchen wir mal die Kinder. Mit dem Sehno ist es eigentlich nicht schwer. Hier oben. Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Soris, bleib zurück! Hilfe! Hilfe! Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe lieber bei dir. Keba! Was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Spring auf dem Rücken. Hier lang. Danke, Onkel Bayek. Lesung. Ihr macht dir schon Sorgen. Und drittet. Andere. Halt zurück! Was ist denn da unten? Ja. Das letzte Kind ist hier oben. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Das war das letzte Kind. Ich sage Menehead, dass die Kinder sicher sind. So, ich hoffe, die Quest ist dann auch damit abgeschlossen. Wie könnt ihr die Papyrus denn mal finden da? Okay, jetzt müssen wir mal das blöde Papyrus-Rätsel mal finden. Wo wird denn das sein? 35 Meter, das muss hier irgendwo sein. Weiter oben anscheinend, oder? Da hatte ich ja letztes Mal schon so ein bisschen geschaut, aber ich habe es leider nicht gefunden. Müsste eigentlich hier drin irgendwo sein. Hier geht es aber auch nicht weiter. Ah, alles klar. Da ist es, oder? Okay. Fruchtbare Länder. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Yammu am Mariotsee gibt es einen tollen Ort für Rendezvous. Es ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernden Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Okay. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Aber wir haben sie auf jeden Fall schon mal eingesammelt. So, und schauen wir doch mal. Was ist denn das hier überhaupt? Gut. Dann könnte man dann später auch mal killen oder so. Das haben wir schon. Ich wollte eigentlich Bajax Versprechen müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das ist auch eine Nebenquest. Ich würde sagen, wir machen erstmal diese hier. Und Leute, ich werde auch wieder schauen, dass ich natürlich das Gebiet so weit mir es möglich ist abzuschließen. Also wie gesagt, ich glaube das werden schon einige Parts werden in dem Spiel. Aber ist auch cool, da haben wir ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jede Nebenquest mache, aber das habe ich ja schon gesagt. Aber solange ich Bock drauf habe, werde ich es natürlich machen. Und da vorne übrigens das Symbol mit der Nadel, was ihr hier gerade seht. Äh, da habe ich übrigens meine Rüstung gekauft. Das war noch im Startgebiet, aber die verkaufen auf jeden Fall Rüstung. Da könnte man dann auch noch mal hinschauen, was sie so haben. Aber ich kann mir, glaube ich, eh nichts kaufen, weil ich ja, äh, die ganze Kohle rausgeschmissen habe. Das sieht aus wie vor deinem Kind gemacht. Die kannst du nicht gefecht? Reden wir einfach mal mit dem. Sei gegrüßt, ich... Ihr seid am richtigen Ort, neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Schauen wir mal, was die im Angebot haben. Sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Ich will was kaufen, Mensch. Interagieren, sind die das? Ah, die ist das. Ok, kaufen. Na genau, da sieht man zum Beispiel... Eine Frau wurde trotzdem krank. Ah, die Katzenmumien sind gefälscht. In Gena, nur Q. 2000 kostet... Würde das jetzt kosten? Also Geld haben wir natürlich. Wir verkaufen mal und zwar... Haben wir noch Plunder? Aber da ist ja nur Stroh drin. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Ich weiß eben nicht, ob wir das noch brauchen hier oder eben nicht. Plunder heißt für mich doch aber... ...und meine Frau wurde trotzdem krank. Dass ich es einfach verkaufen sollte, aber ich warte jetzt nochmal. So. Dafür werde ich keine Drachen mehr bezahlen. Wir vielleicht gleich mal den Killen hier... Wenn es nicht so ein starker Gegner ist, ich weiß es ja nicht. Oh, Gecko! Warte mal, kann ich die eigentlich killen? Okay, die geben nix. Na komm, lass schnell die Quest machen. Ich weiß, ich wollte eigentlich eine andere Quest machen, aber jetzt bin ich hier schon ziemlich nah dran, muss ich sagen. Und wir sind schon gleich Stufe 9, Leute. Das geht eigentlich recht zügig. Bin ja gespannt, was Max Level ist. Tempel der Sach mit Inyamu. Das ist auch krass, hinten alles wüst und dann auf einmal wird es grün. Genau. Das ist auch krass. Und hier sind Toppen, oh wo wo wo. Ja, 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 ja. Okay, es muss gewesen sein. Ui, knappes Ding. Alles klar, abgeschlossen. So. Super. Boah. Schauen wir mal auf die Karte. Wie wollt denn eigentlich hier hin? Ich muss mal schauen, ob ich mir irgendwie ein Pferd kaufen kann oder so. Da vorne wäre so ein Stall. Aber ich habe jetzt eh keine Kohle. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. So, was hat der hier? Medjay, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle. Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Der Kleder, ohne Scheißer. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. So, der Nomaden-Bazaar. Das Kamelsymbol zeigt dir den Standort von Reda dem Händler. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot, also besuche ihn regelmäßig, dass sich sein Sortiment jede Woche ändert. Außerdem bietet Rada an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Okay. Ist jetzt jeden Tag hier im Spiel-In-Game-Zeit oder ist es in Real-Time? Okay. Schauen wir mal. Banditen-Überfall halten, um zu verfolgen. Erreiche und räume das Banditen-Lager. Was gibt's denn hier alles? Kaufen, was hat denn der Schönes? Das ist ja teuer, ey. An der Batterie, oder was? Räuberangriff. Schauen wir mal auf die Karte. Was ist hier unten, oder was? Banditen-Überfall. Meine Fresse ist ja ewig weit weg. Okay, dann würde ich sagen, wo ist mein Pferd. Mein Pferd ist schon wieder abgehauen. Ne, da ist mein Pferd. Okay, Leute, ich würde sagen, diese machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Was ist eine Bedeutung? Das war ein ziemlich schwer. Das ist ein Bedeutung. Das war ein Bedeutung. Da sind wir nur an den Bedeutung. Was? Die liegen hier immer noch. Wird über der Anhöhe hier sein. Ich weiß nicht, was das für ein Level hier überhaupt ist. Level 6 Jetzt machen wir ganz anders. Ich glaube, die pfeifen wir zu uns her. 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 Ok, Schatz plündern. Der ist gleich hier in der EG. Ah, sehr schön. So, wie schnappen wir uns ein Pferdchen? Und gehen nochmal zurück. Schauen wir uns mal, was es uns für eine Belohnung gibt. Ach, das sieht so geil aus, Leute. Also wenn ihr überlegt, ob ihr euch das Spiel holen sollt oder so, holt es euch. Also ich kann es bis jetzt wirklich empfehlen. Ich hoffe, das bleibt auch so cool. Irgendwann hat man ja sowieso da mal so ein bisschen besseren Durchblick, was für Quests notwendig sind, welche hilfreich sind, wo man nur Crap bekommt und und und. Aber bis jetzt machen wir auch die Nebenquests Spaß, muss ich sagen. Oh, neuer Schild. Sehr cool. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Okay, obwohl ich nicht so mit dem Schild spiele. Aber okay. So, jetzt machen wir das hier. Trifft den Händler im Markt. Das wollten wir vorher schon machen. Ohne das Buch kann mein Karl meiner Frau nicht in die Gefäße der Binsen folgen. Aber da ist ja nur Stroh drin. Trifft den Händler im Markt. Trifft den Händler im Markt. Trifft den Händler im Markt. Tief den Händler im Markt. Der Läckige Necke, Claudette. Du wagen es mir in dieses Forschierverkauf zu wollen. Niemand hat mein Buch bekommen. Tief den Händler im Markt. Trifft den Händler im Markt. Trifft den Händler im Markt. Der Priester macht sich Sorgen wegen der... Und ich mach mir Sorgen um mein Geschäft. Also verschwinde jetzt. Du dreckiger Naked Iadet. Du wagst es mir, diesen Ramschir verkaufen zu wollen? Die Katzenmumien sind gefälscht. Du hast mir ein Amulett von Hathor verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Maneet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ähm, ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Oh! Okay Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Dann werden wir den Händler auch im Ackerland treffen. Aber erst am Abend. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da oder ein Like oder auch ein Abo. Wie ihr Laune habt. Genau, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.